Okay, nächstes Kapitel und zwar, jetzt geht es mal rund um die Erkenntnis. Welche Erkenntnis können wir überhaupt gewinnen? Und das erste Argument, das er gebracht hat, da ging es um den Wahrheitsbegriff und da hat er ja versucht, erstmal Klarheit zu schaffen, klare Begriffe zu definieren. Jetzt können wir ihm nicht vorwerfen, dass es jetzt in so einem 20-Minuten-Segment, was es ja letztlich war, in der geschnittenen Fassung, dass er das jetzt nicht komplett durchdeklinieren konnte und wir haben ihn ja auch dauernd unterbrochen. Aber das Argument finde ich trotzdem irgendwie interessant. Und das Argument lautet wie folgt. Der Wahrheitsbegriff umfasst auch eigene Wahrheiten, die nur für einen selbst gelten und die von außen nicht in Frage gestellt werden können. Beispielsweise, ob man sich gerade gut fühlt und daraus folgt, dass jeder auch ein Recht auf seine eigene Wahrheit hat und hierfür wird dann Akzeptanz gefordert. Und das gilt gerade auch für Dinge, die nicht objektiv entschieden werden können. Und dann frage ich mal in die Ketzerrunde, ist die Frage nach Gott überhaupt eine persönliche und individuelle Sache? Und kann man den Wahrheitsbegriff auf diese Weise anwenden? Dass Menschen unterschiedliche Gefühle haben, zu denen sie nur selber Zugang haben, hat für mich überhaupt nichts mit unterschiedlichen Wahrheiten zu tun. Deswegen habe ich überlegt, ob das Beispiel vielleicht anders gemeint ist nach dem Motto, ich habe keinen Zugang dazu, wie Jörn sich fühlt. Also, wenn er es mir nicht sagt. Das Argument geht dann aber auch wieder nach hinten los. Denn bei Jörn kann ich ihn noch fragen, wie er sich fühlt und er kann es mir sagen. Aber die Existenz Gott wäre ja etwas, wo jetzt auch der Christ unbeteiligt ist. Also der Atheist ist unbeteiligt, aber der Christ auch. Und deswegen kann der Christ erst recht nichts dazu sagen. Also von daher verstehe ich überhaupt nicht, wie das Argument hier irgendwie dem Christentum dienlich sein soll. Und ich vermute eben, das sind so Argumente, die hat man mal gehört und dann bringt man die, weil man glaubt, die passen hier. Vielleicht werden die in der Diskussion immer wieder gebracht, aber wo man nicht mehr so drüber nachdenkt. Ich will nicht ausschließen, dass uns das auch mal passiert. Du denkst ja, wir bringen das Argument. Dann kommt mal einer, der hat nochmal drüber nachgedacht. Dann sagt er, Moment, das geht so nicht. Ich fand das eine ziemliche Anmaßung, dass ausgerechnet ein Vertreter des Christentums, das eigentlich dafür bekannt geworden ist, dass alle, aber auch wirklich alle dem Christen widerstretenden Meinungen und auch die im Christentum leicht nur abweichenden Meinungen, einer brutalen Verfolgung ausgesetzt worden sind. Allein das Wort Heretiker ist eine christliche Erfindung von Augustinus, dass die das zelebriert haben über Jahrhunderte und Jahrtausende, die Verfolgung von Andersdenken, dass die jetzt in einer Diskussion, wo es darum geht, ob wir jetzt quasi verschiedene Wahrheiten haben, von uns verlangen, dass wir doch bitte ihre Ansicht tolerieren sollen. Als ob das unser Problem wäre, dass wir sie tolerieren, wo sie uns jahrhundertelang, wenn irgendjemand auf die Idee gekommen ist, es gibt keinen Gott oder das Universum ist unendlich groß, dass dann das Feuer dann schon aufgelegt worden ist, dass das plötzlich ein wichtiges Argument wird, ja, du musst es aber tolerieren. Ich glaube, da wird oftmals verwechselt, dass tolerieren nicht bedeutet, dass man sagt, ja, ja, das stimmt schon, was du sagst, sondern, dass ich sage, du, das ist deine Auffassung und ich sage dir, warum das Quatsch ist. Und ich toleriere die Auffassung von ihm immer noch, weil ich gehe nicht her und sage ihm, hier, wenn du jetzt nicht davon abkommst, dann werden wir dich aufs Rad flechten. Das wäre etwas, was uns der Diskussion in Europa sehr lange sehr gut getan hätte. Und das musste er mal raus, weil das hat mir sehr auf den Nägeln gebrennt, dass uns Atheisten diese mangelnde Toleranz immer vorgeworfen wird, ausgerechnet von Christen. Mein Punkt wäre folgendes, wird hier nicht der Begriff Wahrheit irgendwie in Geiselhaft genommen für irgendwas anderes? Was wäre, wenn er sagen würde, Hypothese? Jeder hat ein Recht auf seine eigene Hypothese. Es ist ja jedem erlaubt, seine eigenen Hypothesen über Gott aufzustellen, aber es ist ja dann doch nicht statthaft, das als Wahrheit auszurufen, auch nicht als eigene Wahrheit. Das unterscheidet sich doch von dem, ob ich jetzt gerade Kopfschmerzen habe, und das weiß dann vielleicht nur ich. Das unterscheidet sich doch von dem, ob Gott mit mir spricht. Also das ist ja etwas ganz anderes. Und ich finde auch irgendwie, man muss unterscheiden können zwischen Dingen, die vermutlich zutreffen, und völlig abwegigen Dingen. Also das ist ja für uns Ketzer so ein Prüfstein. Der Matthias dekliniert das ja oft durch, dass man sofort bei einem Argument prüft, wird dadurch jeder beliebige Stuss erlaubt. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Argument Schrott. Und das sehe ich hier so ein bisschen, dass man einfach so ein kleines eigenes Königtum definiert, wo dann einfach alles irgendwie möglich ist. Hier wird wieder ein christlicher Kompromiss geschlossen. Du sagst, könnte man das dir als These bezeichnen? Ja, wir würden das als These bezeichnen. Ich würde nicht sagen, es ist die Wahrheit, dass es keinen Gott gibt, aber als meine These könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich es so bezeichne. Nur steht ja in der Bibel drin, dass die die Wahrheit haben. Und dann wird halt wieder gesagt, so eine Art Wahrheitsinflation. Damit sie jetzt nicht zugeben müssen, dass das nicht als Wahrheit bezeichnet wird, sagen sie ja gut, dann alles andere bezeichnen sie auch als Wahrheit. Und dann gibt es halt mehrere Wahrheiten. Das ist übrigens genauso, wie die katholische Kirche ja so eine komische Vorstellung von Vernunft hat, die dann auch eigentlich nicht die echten Ansprüche an Vernunft, denen gerecht wird, sondern das ist so eine Vernunft, wo der Glaube dann gerade noch so mit erhalten bleibt. Und das ist natürlich, wenn man dieses Denksystem einmal verlassen hat, so ein bisschen kindisch, würde ich sagen. Und man will halt glauben, man will halt im Besitz der Wahrheit sein. Und wenn man weiß, dass man nicht zeigen kann, dass es besser argumentierbar ist als alles andere, dann sagt man, gut, dann habt ihr halt eure Wahrheit. Ist es hier nicht so passiert, dass man erst eine These hatte oder so ein Wunschdenken oder ein Wunschbild und dann hat man sich überlegt, wie können wir den Wahrheitsbegriff so hinwurschteln, dass das noch mit reinpasst? Eigentlich müsste man ja erst die Begriffe definieren und dann gucken, passt es hier? Wahrheit ist das, was mit der Realität übereinstimmt. Und das sehe ich hier nicht, dass dieses Kriterium eingehalten wird. Okay, das ist trivial. Und der zweite Punkt, den schiebe ich da gleich noch hinterher. Und zwar, er spricht ja vom Christentum. Er spricht ja jetzt nicht von irgendeinem ganz unbekannten Gott, sondern vom Christentum speziell. Also ich will ihn da jetzt noch nicht auf jede Kleinigkeit festnageln, aber so im Großen und Ganzen schon. Und das Christentum ist nun die meist untersuchte und auch meist widerlegte Religion. Und da kann er nicht einen Wahrheitsbegriff in Anspruch nehmen. Wenn er das täte, dann hat dieser Wahrheitsbegriff ja gar keinen Inhalt mehr. Dann kann ich auch sagen, ja, ich halte Grimms Märchen irgendwie für wahr. Man wird sofort angeblufft, dass das dann irgendwie unsachlich wäre, aber ich finde diesen Vergleich treffend. Du sagst, es ist am meisten widerlegt, aber für Gläubige eben nicht. Wenn die es für widerlegt hielten, würden sie es ja nicht glauben. Sondern die haben dann ja ihre entsprechenden Abwehrmaßnahmen und Immunisierungsstrategien gegen das, was wir als Widerlegung betrachten. Und was übrigens auch, liebe Christen, was ihr auch bei allen anderen Religionen als Widerlegung anerkennen würdet.